Felsenfest Felsenfest, das ist unser Predigt-Motto in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Und mein Thema ist ein wunderbares Thema, ich liebe dieses Thema. Gottes Wort steht felsenfest, ich liebe Gottes Wort. Und jetzt muss ich nochmal kurz singen. Schaut nochmal. Das ist die Bibel. Und ich habe immer einen roten Einwand dafür, weil das ist meine Liebe. Und als ich gesagt habe, ich möchte einen roten Einwand für die nächste Bibel haben, aber Klaus, ich nehme einen dunklen Einwand oder sowas. Nein, ich liebe einen roten Einwand, weil das ist meine Bibel, ich liebe Gottes Wort. Was wäre ich ohne Gottes Wort? Und am Felsenfest steht Gottes Wort. Gottes Wort, wenn du dich auf das verlässt und dran bleibst und dich reinbeißst und immer loslässt, dann kriegst du das auch, was Gott sagt. Und in meiner Predigt heute werde ich ermutigen und dir vielleicht auch manches klar machen, wie du daran festhalten kannst und dass du das kriegen kannst, was Gott dir versprochen hat. Du kannst es kriegen. Man muss ein paar Sachen beachten. Es gibt einen Feind, der das nicht will, dass wir da von Gott was kriegen und dass das, was er uns versprochen hat, auch manifestiert. Aber Gottes Wort ist ewig. Hat er dir was gesagt, dann steht er dazu. Seine Berufung lässt ihn nicht geräuen. Bist du zu was berufen und hast jetzt 50 Jahre lang versagt und hast 50 Jahre lang was ganz anderes gemacht. Du weißt aber, wozu du berufen bist. Dann gilt die Berufung auch heute noch. Und wenn du dann festhältst an Gottes Wort. Ich war mal auf dem Berggipfel in der Schweiz. Ein wunderschöner Gipfel, so 2500 Meter hoch. Ich habe die 4000er dann gesehen vom Wallis. Damals war ich noch auf keinem oben gestanden, aber ich bin auf diesem Berggipfel hoch. Das war so ein Gipfel, der war ein wenig breit. Große Felsblöcke lagen da rum. Und plötzlich sieht sich ein kleines Tier da rumsausen und dann verschwindet es da unter so einem Felsen. Oben am Gipfel. Da denke ich, wow. Dann gehe ich da hin und schaue nach, was ist. Dann büge ich mich so an, was da los ist. Sagt einer, oh Vorsicht. Ein anderer Bergstecker, der da oben war. Vorsicht, Kindert, naja, das ist ein Steinmatter. Und der, wenn dich beißt, der lässt nicht mehr los. Du kannst tot schlagen, da beißt du immer noch. Und so einer musst du sein, wenn es um Gottes Wort geht. Ja, so einer muss sein, wenn es um Gottes Wort geht. Ja, weißt du was? Und ich bin dann zurückgezuckt. Ich habe gedacht, oh nein, dann gehe ich lieber nicht so nah ran. Und so ist es mit dem Teufel. Wenn der merkt, dass du dich reinbeißt und nicht mehr loslässt. Und wenn er dich schlägt, lässt er ihn noch nicht los. Dann kriegt er Angst vor dir. Es gibt eine unsichtbare Welt, die um uns herum ist. Und das ist so wichtig, dass Gott mit dir ist. Und dass der Teufel Respekt vor dir kriegt. Widersteht dem Teufel, dann fliegt er vor euch, sagt die Bibel. Weißt du, was fliehen bedeutet? Dass du nicht sagst, ah, jetzt ärgert es mich, dann gehe ich lieber. Sondern fliehen ist was anderes. Fliehen mit Grausen, wenn du dich ab und hast Angst und schaust, dass du davonkommst. Widersteht dem Teufel, dann fliegt er vor euch. Gottes Wort. Es ist eine eigentümliche Sache mit Gottes Wort. Ja, ein Beispiel. In Johannes 10 steht, dass Jesus der gute Hirte ist. Dass er zu seinen Schafen redet. Dass seine Schafe seine Stimme hören. Und ich glaube das, die Bibel sagt das auch, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das habe ich vor 35 Jahren, da habe ich einen richtigen geistlichen Neuaufbruch gemacht. Und da habe ich auch gewusst, ich muss es lernen, Gott zu hören. Mir hat bis dahin niemand gesagt, dass man Gott hören kann. Ich frage ihn und er redet zu mir. Habe ich nicht gewusst damals. Zum Glück gab es dann dieses Erlebnis vor 35 Jahren. Und da wusste ich, ich muss jetzt lernen, auf Gott zu hören. Weil ich habe einen lebendigen Gott und er spricht auch. Und da habe ich, ich mache das kurz, ich habe dann geübt. Habe dann jemanden gefragt, meinen Schwager in Schweden. Der war schon ein bisschen weiter mit Gott hören als ich. Der hat mir dann gesagt, ja, da weiß ich ein gutes Buch. Das ist One Watch My Knee. The Spiritual Man heißt das. 500 Seiten, die geschinken. Auf Englisch. Und da habe ich gesagt, okay. Aber ich will auf Gott hören. Ich will das lernen. Habe das durchgearbeitet. War nicht leicht. Geht es über den Geist des Menschen. Wie Gott mit Menschen kommuniziert. Wie man Geist stärken kann und so weiter. Eigentlich ein tolles Buch. Und ich habe geübt. Und ich weiß noch ganz genau wie heute. Da sitze ich bei mir oben im Gaubenzimmer. Schönes Fenster. Kannst du im Garten runterschauen. Es wird Abend. Sag ich, Vater im Himmel. Ich bin auf dem Weg, dich zu hören. Und ich bin so froh. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung gemacht mit Gott hören. Ich bin so froh. Und ich will noch besser von ihm hören. Da höre ich das ganz deutlich. Also nicht mit meinen Ohren, sondern im inneren Menschen. Höre ich das ganz deutlich. Gehe in die Hörtlertorstraße 10 und sage dem Peter dort das, das und das. Ich wusste, es gibt in Schwabach die Hörtlertorstraße 10. Ich dachte, wow, so deutlich habe ich noch nie gehört. Wow, das ist aber toll. Am nächsten Tag bin ich hingegangen. Und Es waren zwei Klingeln. Ein kleines Haus in der Altstadt von Schwabach. Klingel ich auf den einen. Rührt sich niemand. Klingel ich auf den anderen. Sag ich, grüß Gott. Ich heiße Himmelreich. Ich möchte dem Peter was sagen. Wohnt der Peter oben oder unten? Also ich habe schon Mut gehabt. Ich bin da hingegangen. Daraufhin. Und dann sagt die Person, es gibt keinen Peter. Sag ich, naja. Siehe Familie, ist das in ihr? Ja, ich habe eine Familie, da gibt es keinen Peter. Und unten, da wird er unten wohnen, habe ich gesagt. Na, da gibt es auch keinen Peter. Und ja, kennen Sie die Leute genau, ist auch kein Peter zu Besuch. Also auf jeden Fall gab es keinen Peter dort. Ja, es gab keinen Peter dort. Ja. Ah, was mache ich denn jetzt? Und dann, gut, ich habe mich ein wenig blamiert, aber vor der guten Frau da ist nicht weiter schlimm. Aber für mich war das schlimm. Das war richtig schlimm für mich. Das habe ich das erste Mal schon schön deutlich gehört. Und dann war es ein Fehler. Wow. Das hat mich richtig zurückgeworfen, sage ich euch. Und ich habe damals auch keinen gehabt in meiner Nähe, der da ein Stück weiter war, als ich mit Gott hören. Ja, und dann habe ich Gott gefragt und so. Und ich habe nicht viel Antwort gekriegt. Aber in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich habe mich entschieden zu sagen, ich glaube das, was da drin steht. Also mache ich weiter. Und ich bin jetzt besser, als vor 30 Jahren. Mit Gott hören. Ja. Ich bin ein Stück weiter gekommen. Ich kenne seine Stimme jetzt besser. Ich kann das jetzt besser entscheiden, was von Gott ist oder was. Was weiß ich. Ich weiß heute immer noch nicht, was das war. Aber es war deutlicher als üblich. Und Egal. Aber ich kenne Gottes Stimme jetzt besser. Und war nicht allzu viel später. Das ist schon länger her. Da habe ich von einem ganz Prominenten gehört. Der hat sich richtig verhört. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch Yonggi Cho kennt. Paul Yonggi Cho. Ein Pastor aus Korea. Südkorea. Der hatte damals schon. Und ich weiß nicht, was heute mit ihm ist. Ob er überhaupt noch lebt. Weiß ich auch nicht. Du glaubst, dass er lebt? Ist schon gestorben. Okay. Auf jeden Fall hat er tolle Bücher geschrieben. Die vierte Dimension. Wie deine Vorstellungskraft mit dem Glauben zusammenwirkt. Neues zu schaffen zum Beispiel. Tolle Bücher. Und der war auf einer Konferenz in den USA. Da ging es darum, wie man ein Rundfunkwerk aufbaut. Und da hat Gott zu ihm gesprochen, hat er gemeint. Und da kam er heim in seiner Gemeinde. Also er hat damals vielleicht 100.000 Leute gehabt. Also nicht alle in einem Gottesdienst, sondern die haben, glaube ich, fünf Gottesdienste hintereinander mit jeweils 10.000 oder 15.000 oder so. Und so, egal. Er kommt in seine Gemeinde und sagt, Gott hat mir was gesagt, Leute. Wir brauchen eine Million Euro. Und wir werden ein Rundfunkwerk aufbauen. Hat er seiner Gemeinde gesagt, ne? Und dann hat die Gemeinde gegeben. Sie haben gesammelt. Sie sind in eine Million zusammengekommen. Die haben schon angefangen zu investieren. Und plötzlich haben sie keine Lizenz bekommen. Die Lizenz haben sie nicht gekriegt dafür. Haben aber schon ordentlich Geld investiert, ne? Und dann hat er gedacht, was ist da los? Satan, ich widersteh dir und so weiter, ne? Und dann hat er nichts geholfen. Bis er Gott gefragt hat. Und Gott sagt ihm, ich habe dir überhaupt nicht gesagt, dass du das machen sollst. Hatte Gott ihm gesagt. Und dann geht der vor seiner Gemeinde und sagt, Leute, ich muss mich entschuldigen. Tut mir sehr leid. Wir haben viel Geld investiert und das war ein Fehler von mir. Dann dachte ich, nur gut, wenn der falsch hören kann, der schon 100.000 in seiner Gemeinde hat, dann ist er nicht schlimm, wenn ich falsch höre. Aber hör mal, aber so geht es mit Gottes Wort. Gottes Wort sagt was und manchmal erleben wir das nicht. Aber Gottes Wort steht felsenfest, Leute. Gottes Wort ist fest. Ich möchte jetzt ein bisschen was sagen. Das sind Grundlagen über Gottes Wort. Ich möchte aber über die Grundlagen hinausgehen. Deswegen würde ich das bloß ganz kurz ansprechen, ohne Bibelstellen. Die Bibel sagt von Gottes Wort, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Felsen ist in der Bibel das festeste gewesen, was man sich vorstellen kann. Die kannten keinen Beton. Die kannten keine großen Stahlkonstruktionen. Felsen war das festeste, was es damals gab. Und es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wie ein Hammer, der das festeste und das stärkste, was es gibt, immer noch zerstören kann, ist Gottes Wort. Oder er ist wie Regen. Und wenn der Regen fällt, dann wird es nass drunter. Die Erde kann es nicht ändern, dass es nass wird. So ist Gottes Wort. Wozu das gesandt ist, das kann es auch bewirken. Oder, der Jesus hat gesagt, er will das Wort Gottes erfüllen und nicht auflösen. Und solange es einen Himmel und eine Erde gibt, solange wird nicht einmal ein Bindestrich vom Wort Gottes unwichtig werden. Oder aufgelöst werden. Die Erde wird neu gemacht, den Himmel neu gemacht, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen Himmel und eine Erde. Und solange gilt Gottes Wort. Gottes Wort ist ewig. Sagt die Bibel auch immer wieder. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Im Psalmen steht das drin. Gottes Wort kann Gesundheit für dich bedeuten. Dann, Gott schafft mit seinem Wort Neues aus dem Nichts heraus. Wo nichts ist, ruft er das und dann ist es da. Sagt die Bibel. Und ich überlege mal, diese Macht in Gottes Wort. Da war nichts da. Dann hat er das Universum geschaffen. Hat er das Universum gerufen, Universum, komm in Existenz. Ja, und er hatte die ganzen Massen geschaffen, was wir als Universum kennen. Und dann war so ein Power dahinter, dass gleich das Zeug mit Lichtgeschwindigkeit auseinandergeflogen ist. Das war vielleicht vor, ich glaube, 18 Millionen Jahren, die Astronomen wissen das. Das Weltall breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Man kann das zurückverfolgen. Da weiß man ja vor, wie viele Milliarden Jahre dann wohl der Startpunkt gewesen ist. Vielleicht war es auch wirklich so, ich weiß es nicht. Aber das Wichtige ist, so eine Power hat Gottes Wort. So eine Power hat Gottes Wort. Ja? Und wie sind wir, wie können wir darüber richten und sagen, ach, das gilt nicht oder das wirkt nicht oder sowas. Wenn Gott das sagt. So, jetzt gibt es eine Grundlage des Glaubens. Das ist mein erster Bibeltext, Trömer 10, Vers 17. Ich habe heute natürlich einige Bibeltexte, weil es ist wichtig, dass wir, wenn es um Gottes Wort ist, auch Gottes Wort sprechen lassen. Nicht bloß ich. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt, Gottes Wort ist ein griechisches Wort. Das heißt Rema. Ja? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Rema. Und Rema ist das Wort, was Gott in eine spezielle Situation hineinspricht. Es gibt Mythos, es gibt Logos, es gibt Rema und ich weiß nicht, ob es ein fettes Wort gibt im Griechischen, im Altgriechischen. Mythos ist das ein schummrige, ewig wahre Wort. Logos ist das Wort, was ich einfach sage. Zum Beispiel mein letztes Wort gerade eben war Sag. Das ist Logos. Und da gibt es Rema, das ist was, was ich in eine spezielle Situation hineinsage, was dahin gilt. Und das ist genau das, wo der Glaube entsteht. Wenn du von Gott eine Zusage hast und du weißt, es war Gott, dann hast du auch Glauben dafür. Du musst bloß noch damit richtig umgehen. Das ist so wichtig. Und das Wort, das Rema-Wort, das Rema-Wort macht es so, dass der Glaube da ist. Das Wort macht es in dir sofort im Glauben. Kann natürlich sein, dass zwei Wochen später bei dir kein Glaube mehr da ist. Aber das Wort, das Rema-Wort, das macht den Glauben. Ein Beispiel, so interessant. Da war ich noch in einer anderen Gemeinde, nicht in der vorgehenden, vor vorgehenden. Ich bin jetzt schon in der dritten Gemeinde, bin allerdings auch schon 66 Jahre alt. Und in der ersten Gemeinde, wo ich war, da habe ich dann meinen Neuanfang gemacht mit Gott. Und da haben die Leute mich oft nicht verstanden. Ich weiß noch, da waren wir so mal als Leiter zusammen, in einer großen Gruppe, haben diskutiert. Und dann kam ich mich auf Gottes Wort zu sprechen und darauf, dass in Afrika so viele Leute verhungern. Das war damals mit Hungersnöten schlimmer als heute. Und da sage ich, aber ich kann euch eins sagen, keins meiner Kinder wird, solange ich lebe und Brot betteln müssen. Klaus, wie kannst du sowas sagen? Sag ich, ja, die Bibel sagt das. Ja, wie kannst du sowas sagen? Meinst du nicht, in Afrika verhungern Leute? Sag ich, doch. Meinst du nicht, da verhungern auch Christen? Sag ich, kann gut sein. Wie kommst du drauf, dass du sowas sagst? Willst du, wie ich drauf komme? Ich habe von David gelesen. Ich lese sogar in die Davids-Psalmen. Und da sagt er, ich bin jung gewesen und alt geworden, aber nie habe ich die Kinder eines Gerechten verlassen gesehen, noch um Brot betteln. Und es hat, wumm, hat mich getroffen. Ich habe gesagt, meine Kinder werden mal nie um Brot betteln müssen, zumindest solange ich lebe. Weil solange ich lebe, glaube ich das. Das habe ich denen gesagt, die haben es nicht verstanden. Wie kannst du sowas sagen, wo andere Christen verhungern? Meine Kinder, wenn die in Afrika wären, meine Kinder würden nicht verhungern, würden nicht mal um Brot betteln müssen, weil ich das weiß, das war Gottes Rema-Wort. Und da stehe ich drauf und da bin ich einer, der wie so ein Steinmatter reinbeißt. Ich lasse das nicht los. Und das ist felsenfest, sage ich euch. Aber es gibt nichts, was besser hält. Okay, das war das eine. Also, wir müssen wissen, Gottes Wort, die ganze Bibel ist Gottes Wort, ist ewig. Aber ich habe festgestellt, ich kann mir ein Wort nehmen, was mir gefällt und ich nehme das. Aber, wenn das bloß mein Wunsch ist, das Wort zu haben, dann ist es oft so, dass der Glaube da ganz schön schwach ist da drin. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Glauben stärke. Ich nehme das Wort und spreche das aus. Ich gehe zu Gott mit dem Wort, sagt Vater im Himmel, der steht drin, ich möchte es haben, ich will es haben und hilf mir bitte, dass ich das kriege und ich spreche das aus und ich sage, ich weiß, es ist die Wahrheit. Das mache ich so oft. Wenn ich irgendwas habe, was Gottes Wort widerspricht, dann sage ich, ich kenne schon die Wahrheit. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe es einmal genau das Gegenteil erlebt, sozusagen. Es war nicht Gottes Stimme, die mir das gesagt hat, aber ich weiß die Wahrheit. Und das ist eine ganz wichtige Sache, Leute. Wir müssen es verstehen, dass manchmal unsere Erfahrung anders ist als Gottes Wort. Ich komme auf das gleich nochmal zurück. Lies mal das nächste. Markus 4, Vers 13 und 14. Und er spricht zu ihnen, fasst ihr dieses Gleichnis nicht? Wie werdet ihr all die Gleichnisse verstehen? Und Vers 14 bitte noch. Der Sämann seht das Wort. So. Das ist das wichtigste Gleichnis und das grundlegendste Gleichnis. Wenn du das Gleichnis nicht kapierst, wie willst du die anderen kapieren? Sagt Jesus. Und das ist das Gleichnis vom Sämann. Ihr kennt das alle. Ich brauche es nicht groß lesen mit euch. Da ist ein Sämann, es sät aus, auf vierfältigen Boden fällt es und ein Boden bringt Frucht. Dornen, Wege und Disteln gibt es da. Und Steine. Aber auf einem guten Boden, wenn es fällt, dann bringt es Frucht. Aber Achtung, das was gesät wird, der Saat, die Saat dazu, ist das Wort. Die Saat ist Gottes Wort. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Saat ist Gottes Wort. Das ist gesät und das ist das grundlegende Gleichnis. Wenn wir das nicht kapieren, dass das Gottes Wort gesät wird, bis er es bei uns Frucht bringt. Wie willst du das andere verstehen, was im Reich Gottes ist? Auf Gottes Wort steht es und Gottes Wort ist die Saat. Das brauchst du. Ja? Dann lesen wir Markus 4, Vers 13 bis 14. Das haben wir gerade gehabt. Entschuldigung. Matthäus 17, Vers 20. Matthäus 17, Vers 20. Das ist Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, wir haben gefragt, warum konnten wir das Wunder nicht tun. Da sagt er, wegen eures Unglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werdet ihr versetzt von hier dorthin. Und ihr werdet versetzt werden und nichts wird euch unmöglich sein. Hört ihr das? Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist Gottes Wort. Nichts wird euch unmöglich sein. Denkst du, wovon du dabei bist, werde ich das Fliegen anfangen. Wenn du Gottes Wort dafür findest und wenn Gott es dir zusagt, kannst du fliegen. Aber im Prinzip, da gibt es keine Beschränkung. Ja? Aber du kannst dir natürlich was aussuchen und sagen, jetzt ist mir nichts unmöglich, das mache ich jetzt. Du brauchst schon Gott dafür. Du musst mit Gott eins sein da drin. Aber dann ist der, wenn Gott was sagt, da gibt es keine Begrenzung. Weißt du? Und deswegen ist, ich finde den Petrus ja so toll. Der Petrus hat Jesus auf dem Wasser gehen sehen. Und der war ein schlauer Mensch. Erstens, der wollte was mit Gott erleben. Der Petrus, es ist so toll, Leute, schaut, dass er mit Gott was erlebt. Und wenn er mal Mist macht, kein Problem. Der Vater im Himmel liebt es, Leute zu haben, die mit ihm was erleben wollen. Wirklich. Er liebt es. Er sucht Leute. Wer will mir was erleben? Wer will mal Risiko für mich eingehen? Mit mir eingehen? Wer geht weiter? Hoffentlich bei jedem von uns freut er sich darüber. Auf jeden Fall, der Petrus sagte, wow, das gefällt mir, sowas will ich auch. Und er ist nicht so dumm und steigt raus und sagt, Jesus, wenn es du willst, sag mir, dass ich kommen soll. Er hat nämlich gewusst, er brauchte Gottes Wort dazu. Das hat er schon gewusst damals. Sagt Jesus, ja komm. Dann ist er aufs Wasser gegangen. Dann ist er dann, also der konnte auf dem Wasser gehen, hat er die Wellen gesehen. hat er wahrscheinlich nicht mehr auf Jesus geschaut, sondern auf die Wellen, hat er Angst gekriegt. Da fängt das Sinken an und da sagt der Herr Jesus, je nach Übersetzung, warum hast du so kleinen Glauben oder warum nimmst du den zweiten Gedanken? Man kann so drum und so drum übersetzen. Gibt ihm die Hand und beide laufen sie zurück und steigen ins Boot vom Wasser aus. Toll. Aber der Petrus hat gewusst, er braucht erst Gottes Wort dafür. Und Gottes Wort ist aber felsenfest, da kannst du dich drauf verlassen. Also, und ich habe das früher immer überlegt, der Vers da, du Glauben hast wie ein Senfkorn, da dachte ich immer, ganz kleinen Glauben, ich habe ja einen kleinen Glauben, wieso kriege ich diese Wunder nicht oder so? Ich habe ja so einen kleinen Glauben. Da habe ich mich getröst, ich habe sogar Predigt gehört, von jemandem, der das gesagt hat, ja schau her, Senfkorn hat er ausgeteilt für jeden, so einen kleinen Glauben, das reicht. Aber ich glaube, Gott, Jesus will nicht sagen, kleinen Glauben brauchst du, oder das reicht für kleiner Glaube, weil er sagt manchmal, ihr Kleingläubigen, hat er manchmal gesagt. Ihr Kleingläubigen, warum glaubt ihr nicht? Der Jesus hat so nirgends gesagt, mehrfach. Ja, oder hier wegen eures Unglaubens, in Matthäus 17. Aber, es ist so wichtig, das zu verstehen, Gottes Wort, und da gehst du mit Sicherheit, hast du Sicherheit, wenn du das Wort, Rema-Bord hast. Ja, und dann ist es noch was Wichtiges, Leute. Wir Menschen können Gottes Wort wirkungslos machen. Gottes Wort, was so mächtig ist, ja, was das Weltall gemacht hat. Gott ruft das, wo nichts ist, ruft Gottes, und dann kommt es in Existenz. Mit seinem Wort macht er das. Übrigens, warte mal, wir sind Gottes Kinder. Ja, warte mal, du bist Gottes Kind, die meisten von euch zumindest, ich kenne ja nicht alle. Du bist Gottes Kind, da ist noch was zu lernen für euch. Für mich auch. Gott ruft das, was noch nicht ist, in Existenz. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Überleg einmal. Und wir sind seine Nachahmer. Paulus hat gesagt, Zeit nachahme Christi. Das ist eine Hausaufgabe für dich, das weiterzuentwickeln. Aber überleg dir das mal. Gott ruft das, was nicht ist, in Existenz. Und wir als seine Kinder, die sollen ihm nacheifern. Also, aber wir können das Wort Gottes, was so eine Macht hat, können wir wir uns losmachen. Das steht sogar in der Bibel, in Hebräer 4, Vers 2. Da redet es von den Israeliten, die nicht geglaubt haben. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Die haben es gehört, haben kein Glauben darin gehabt oder kein Glauben haben wollen oder können und dann war Gottes Wort nützlos. Zumindest ihnen hat es nichts genützt. Ihnen hat es nichts genützt, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben vermischt war. Andere Übersetzungen sagen es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist immer das. Haben es nicht, ich habe ich gelesen, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben verbunden wurde. Also Gottes Wort, die ganze Bibel, kann es sein, dass dir nichts nützt, wenn du es nicht auch glaubst. Und Glauben kannst du nicht einfach machen. Ich will es, ich will es, ich glaube es, ich glaube es, ich glaube es, ich glaube es, wenn du es 20 Mal gesagt hast, glaubst du, du glaubst es. Aber das nützt nichts, so geht es nicht. Du brauchst Gottes Wort, sei Rema-Wort. Aber dann, wenn du es hast, dann halte dich fest dran. Und wenn es vor 20 Jahren ist, dann hast du es verloren. Was weiß ich, was Gott vielleicht dir vor 20 Jahren gesagt hat. Aber du hast es verloren, das ist überhaupt nicht mehr lebendig. Das ist irgendwo im Unbewusstsein, im Unterbewusstsein. Und du weißt, oh, da hat Gott, glaube ich, mal was gesagt, aber es ist eigentlich verloren. Dann bitte ihn, dass er es wieder lebendig macht. Er macht es schon wieder lebendig. Weil er steht zu seinem Wort, ewig. Der Vater im Himmel steht ewig zu seinem Wort. So, damit es aber nicht passiert, dass wir Gottes Wort bekommen und dann wieder verlieren oder nicht glauben. Ich meine, hörst auf zu glauben, weil du nicht gesehen hast, dass es in Erfüllung geht oder sowas. Deswegen möchte ich haben, dass wir drei Dinge beachten. Ich denke, drei Dinge sind wirklich wichtig. Leute, ich habe schon so viel, ich habe auch Heilungen, schöne Heilungen erlebt. und ich habe auch Heilungen erlebt, wo ich kämpfen musste, wo ich reinbeißen musste in das Wort und ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft und irgendwann habe ich es gekriegt. Ja, und es ist eine wichtige Sache. So drei Sachen, die man beachten muss, wenn es um Gottes Wort geht. Wenn du Glauben haben willst, der überwindet. Ja, und hör doch mal, und wenn wir aber den Weg gehen mit ihm, dann stellst du vielleicht am Schluss fest, oh, ich bin ein Held geworden und ich bin ein Heldin geworden, weil du hast Sachen besiegt, die sind größer und größer als du selber. Ein Held ist einer, der Aufgaben anpackt und zwar erfolgreich einpackt, die größer sind als man selber. Und der Vater im Himmel kann dir das geben, mit seinem Wort, dass du Probleme anpacken kannst und bewältigen kannst, die größer sind als du selber. Mit deiner Kraft reicht das nicht, aber er kann es machen. Durch sein Wort. Das Erste, was du bedenken musst, ist, das Wort Gottes muss deinen jetzigen Erfahrungen widersprechen. Und da scheitert schon die Hälfte der Leute. Ja. Nehmen wir das Wort, ich bin geheilt in Jesu Wunden. In des Wunden ihr geheilt worden seid. 2. Petrus 2, Vers 24, ich habe andere Versen noch, ich will nicht gar so lange aufgehalten werden. 2. Petrus 2, Vers 24, in des Wunden ihr geheilt worden seid. Von Jesus ist da die Rede. Das heißt, die Bibel sagt, ich bin in Jesu Wunden geheilt worden. Von Kopf bis Fuß. Ich bin in Jesu Wunden geheilt worden. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt. Ich hätte gerne noch ein paar andere Heilungen. Ja. Aber, jetzt ist es wirklich so, meine Erfahrung ist manchmal etwas anderes. Das tut aber noch weh. Die Bibel sagt, ich bin geheilt worden. Ja, was ist denn jetzt da? Und da müssen wir verstehen, es gibt zwei Wahrheiten oder zwei Realitäten. Die eine ist hier in unserer sichtbaren Welt. Das ist das, was, der Zeh tut gerade weh, Zahnschmerzen sind gerade oder was weiß ich, was gerade ist. Das ist diese Welt, in der wir leben, unsere physische Welt. Sie hat ihre Realität. Und das dürfen wir nicht wegdenken. Wenn ihr sagt, naja, aber ich bin geheilt worden, also bin ich geheilt und deswegen ist das kein Problem. Kann es sein, dass das Problem immer noch da ist. Ja, das nützt ja nichts. Aber es gibt eine übergeordnete Wirklichkeit. Das ist die unsichtbare Welt. Der Paulus sagt, wir, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ist ewig. So kennst du auch eine ewige Wahrheit. Das ist, dass du geheilt worden bist in Jesu Wunden. Das ist die ewige Wahrheit. So gibt es jetzt zwei Realitäten. Und es hat mit dir zu tun, welche sich am Schluss durchsetzt. Weil ich sage mir dann, ich glaube Gottes Wort. Ich glaube Gottes Wort. Egal, was ich erlebe. Ich glaube das. Leute, und ich habe das, es ist nicht leicht. Manchmal. Und das letzte Mal habe ich das alles durchgekaut, als der Walter gestorben ist, vor ungefähr fünf Jahren. Mein Freund Walter, viele werden das noch kennen, wissen, mein Freund Walter ist gestorben. Ich habe mit dem, was ich konnte, gekämpft darum. Ich habe meine Glaubenangst jetzt zu viel gekautet. Und so weiter. Aber er ist gestorben. Mein Freund Walter ist gestorben. Und ich habe, gerade an dem, gerade an dem habe ich mich festgehalten, dass auch der Walter geheilt worden ist in Jesu Wunden. Er ist trotzdem gestorben. Und dann musste ich entscheiden, was mache ich jetzt? Das war was Schlimmes für mich. Das war richtig schlimm für mich. Dass der Walter gestorben ist. Was mache ich jetzt? Und ich habe gerungen, ich habe Gottes vorgelegt. Ich habe ihm, also eine Zeit lang habe ich ihm Vorwürfe gemacht, aber ich weiß, ich bin nicht so dumm, dass ich da bleibe mit Vorwürfen. Das nützt ja überhaupt nichts. Und ich entferne mich ja bloß von Gott, wenn ich, du darfst Gott Vorwürfe machen, du darfst das Herz ausschütten, du darfst dich richtig rauskotzen, was alles drin ist. Aber du darfst nicht dabei bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay Vater, aber ich habe nichts Besseres. Ich halte mich an dein Wort. Ich habe nichts Besseres. Wo soll ich hingehen? Ich halte mich dran und ich weiß, das ist die Wahrheit. Ich bin Gehalt in Jesu Wunden. Ich weiß, das ist die Wahrheit. Und ich halte mich dran. Der reiche Geist gibt Gnade. Das ist das Schöne. Wir haben einen gnädigen Gott. Weißt du, und der ist mit dir gnädig, mit jedem von uns ist er gnädig. Gnade bedeutet nicht nur, das ist er, ein bisschen Zeit habe ich noch, die Gnade ist ja nicht nur ein Geschenk, ich sitze da und kriege Gnade. Und deswegen gefällt mir das Lied, was früher oft gesungen worden ist, gefällt mir nicht so sehr, obwohl das auch zutrifft. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Ich lege mich hin und da kommt die Gnade und sowas. Das ist auch so. Das gibt es wirklich. Aber wisst ihr was, Gnade ist vor allem die unverdiente Gunst, dass du zu etwas befähigt wirst. Das mag für manche von euch ein wenig neu sein. Hörst du, Gnade bedeutet, du kannst was, was Gott dir gibt, dass du es kannst. Der Paulus sagt, wenn ihr leidet wegen Gott und es aushaltet, es ist Gnade. Wenn du wegen Gott leidest, Verfolgung hast wegen Gott, aber das aushältst, es durchsteht, es ist Gnade von Gott. Der Paulus hat gesagt, Gottes Gnade mir gegenüber war nicht vergeblich. Und wodurch hat sich das gezeigt, dass die Gnade nicht vergeblich war? Er sagt, sie war nicht vergeblich, denn ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. das ist Gnade, dass er arbeiten kann, was er machen kann. Trotz der ganzen Verfolgung hat der Paulus gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Das ist Gnade. Und so ist Gott gnädig, dass du das machen kannst, was er möchte. Gott gibt dir die Gnade, dass du festhalten kannst, bis du da Heilung hast. Oder dass du festhalten kannst, was weiß ich, ein Problem gelöst ist. Aber du brauchst Gottes Rema-Wort dazu. Du brauchst das Wort. Und dann halten wir daran fest. Ja, und das ist so wichtig. Und deswegen muss Gottes Wort was anderes sagen, als das, was du erlebst. Weil sonst bleibst du bei deinen Erlebnissen stehen, wo ist deine Gottes Kraft noch? Wenn Gott sagt, was du sowieso schon erlebst. Gottes Wort muss deinen Erlebnissen widersprechen. Sonst ist die Kraft weg. So, und dann hat Gott Kraft. Gottes Wort hat die Kraft. Und du hältst fest dran. Ja, und dann kann es kommen, dass unsere Erlebnisse sich ändern. Und die meisten Christen, die machen, wenn sie eine Zeit lang gebetet haben, sagen sie, naja, Gott hat es nicht erhört, also wird es Gottes Wille nicht sein. Und hören auf damit. Ja? Und dann tun sie ihre Interpretation von Gottes Wort, ihren Erlebnissen anpassen. Und ich habe mir gesagt, ich mache es andersrum. Ich will haben, dass meine Erlebnisse sich an Gottes Wort anpassen. Dazu nehme ich Gottes Wort. Lass mir das geben von Gott. Gott, frag ihn, nehme es als Römerwort und das halte ich fest. Da halte ich dran fest. Also, wir müssen drei Sachen beachten, denke ich. Ganz wichtige Sachen, wirklich. Das Erste, sei nicht irritiert, wenn Gott was anderes sagt, als du erlebst. Das gehört sich so. Das muss so sein. Haben wir kapiert, ne? Zweitens, du musst Gottes Wort auch aussprechen. Römer 10, Vers 8 bis 10. Römer 10, Vers 8 bis 10. Du musst Gottes Wort auch aussprechen. Das ist so wichtig. Da sagt der Paulus. Sondern was sagt sie? Die Bibel, ne? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem ganzen Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Da steht es drin, dass es für Errettungen wichtig ist, dass du es auch aussprichst. Du musst es glauben und aussprechen steht drin, ne? Jetzt geht es weiter. Jetzt sagt der Paulus, das ist allgemein. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Leute, es ist wie die zwei Seiten eines Apfels. Eine Seite ist der Glaube, andere Seite ist, du sprichst es aus. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja? Du musst es aussprechen. Du musst es aussprechen, was du glaubst. Du musst es aussprechen. Verstehst du? Du musst es aussprechen. Und du sprichst es am besten jeden Tag aus. Was Gott über dich sagt. Jeden Tag. Jeden Tag. Richtig mit dreimal am Tag. Sprech es aus. Das ist so wichtig. Wir lesen dasselbe auch noch einmal in Sprüche 18, Vers 20 und 21. Sprüche 18, Vers 20 und 21. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres gestärtigt. Also die Frauen sind dabei. In der Bibel geht es mehr um das, was die Männer tun. Vor allem im Alten Testament ist es halt so gewesen, dass da die Frauen nicht so berücksichtigt waren. Ja? Von der Kultur damals. Aber von der Frucht des Mundes eines Menschen, kann man sagen. Frau, bist du genauso dabei. Gilt uns allen, ne? Wird sein Inneres satt. Vom Ertrag seiner Lippen wird er gesättigt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wer diese Gewalt der Zunge zu gebrauchen liebt, der wird ihr Frucht davon essen. Das heißt, du kannst in dein Leben Tod hineinsprechen oder du kannst in dein Leben Leben hineinsprechen. Was du sagst. Da tue ich doch Gottes Wort aussprechen. Gottes Wort ist Leben. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gottes Berufung ist unabänderlich. Er lässt sich seiner Berufung nicht geräuen. Also du musst es aussprechen. Warum ist denn das so? Und dann das ist seltsam, ne? Warum müssen wir es denn aussprechen? Und ich denke, ich kenne da zwei Gründe. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Aber ich kenne da zwei Gründe. Erst nochmal, es ist ja so, wir sind Gottes Kinder. Die Bibel sagt, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir sind sehr ähnlich wie Gott. Meine Kraft ist so, Gottes Kraft ist unendlich. Meine Kraft selber ist nicht allzu viel. Ich habe schon auch eine Kraft, aber Gottes Kraft, aber wir funktionieren unendlich. Und Gott spricht aus und herrscht durch das, was er sagt. Und wir sprechen aus und herrschen durch das, was wir sagen. Gott hat das Recht, über das ganze Universum auszusprechen. Ich habe das Recht, über meine Familie, weil ich das Oberhaupt bin, von der Familie, aber auch für meine Situationen auszusprechen. Das habe ich das Recht. und da kann ich sogar, was nicht da ist, ins Dasein rufen. Weil ich bin Gottes Kind und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Vater im Himmel will das. Er will haben, dass er den Klaus Himmelreich anschaut und sagt, ich sehe immer mehr von mir an ihm. Wunderbar. Ich sehe immer mehr. Ach, ist das schön. Oh, Vater im Himmel, möge ich so sein. Aber der Vater im Himmel, sie schaut dich an und will immer mehr von sich selber sehen. Weil, wisst ihr, ich habe Kinder, vier Kinder und einen Sohn zum Beispiel. Und das hat mir, wann war das nochmal, ich glaube vor zwei Jahren habe ich mit ihm in Coburg, haben wir einen schönen Obstgarten in den Großen, da habe ich mir einen ordentlichen Baum gefällt mit meinem Sohn. Das war so schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war so schön für mich. Ja, mit meinem Sohn. Haben wir einen Baum umgeschmissen und zerlegt. Das hat mir gefallen. Das war so schön. Er macht dasselbe wie ich und ich darf es mit ihm zusammen machen. Das erweicht das Herz eines Vaters. Und an der Mutter bestimmt genauso. Dann meinst du, Gott ist anders. Das ist dein Vater, der möchte mit dir zusammenarbeiten. Also will er haben, er gibt den Anstoß, er gibt das Wort. Eigentlich sagt er so, jetzt mach du. Jetzt bist du dran. Was machen wir? Jeden zweimal? Immer noch weh? Und so. Und vielleicht gibt es dann, weißt du, und wenn du anfängst im Glauben vorwärts zu gehen und im Glauben anfängst, das richtig festzuhalten, dann ist es so, dann gibt es auch Widerstände. Wir haben einen Feind, den Teufel, der kann auch zu uns reden. Der kann auch zu uns reden. Ich sage, glaubst du das? Ich weiß noch, ich habe einen meiner größten Glaubenskämpfe, die ich hatte, da haben meine Eltern gegen mich geredet. Klaus, was meinst du denn, wer du bist? Glaubst du, du bist besser als der? Glaubst du, Gott liebt dich mehr als den? So sind meine Eltern auf mich losgegangen. Die haben es kapiert, wie ich gekämpft habe und so. Aber ich weiß kein Gottes Wort und ich werde es kriegen. Ja, meinst du, du bist besser als der? Du bleib bloß demütig. Aber das ist Demut. Weißt du, was Demut ist? Demut ist, dass ich dasselbe sage wie Gott. Und Hochmut ist das, wenn ich was anderes sage als Gott. Wenn du sagst, die Heilung wirkt bei mir nicht, das ist Hochmut. Demut ist, ich bin geheilt in diese Wunden. Also gut. Erstens, Gottes Wort muss was anderes sagen als seine Erfahrungen. Zweitens, sprich es aus. Bleib dabei. Leute, aussprechen, aussprechen, aussprechen. Das ist so wichtig. In Amos 3, Vers 7, die nicht aufschlagen jetzt, steht, Gott tut nichts auf der Welt, wenn er es nicht vorher seinen Knechten den Propheten sagt. Warum? Weil er will, dass Menschen es aussprechen. Gott macht überhaupt nichts, ohne dass er den Leuten das sagt und dann müssen sie es aussprechen. Gott macht überhaupt nichts. Und warum? Weil er sich an uns gebunden hat. Der Herr Jesus hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Er hat gesagt, so, ich gehe, jetzt seid ihr dran. Ihr werdet sogar größere Werke, als ich tun, sagt der Herr Jesus. Okay. Das Dritte. Wir bitten Gott um einen Apfelbaum und vielleicht schenkt er mir einen Kern. Wir bitten Gott um ein Wunder. Aber wir kriegen den Samen für ein Wunder. Und dann brauchen wir Geduld. Dann brauchen wir Geduld. Und wir bitten Gott um ein Wunder. Und dann ist es auch, viele Christen hören dann auf, wenn sie das Wunder nicht kriegen. Wir wollen ein Wunder haben, aber Gott gibt ihnen stattdessen Samen. Zum Glück haben wir das auch gelegentlich. Wir erleben Wunder, dass Gott was macht und dann ist es gemacht. Wir bitten ihn und dann ist es gemacht. Das gibt es auch. Aber der Normalfall ist ein anderer. Ehrlich. Ihr könnt es nachlesen. Noch zwei Verse. Lukas 8, Vers 15. Da geht es wieder um das Gleichnis vom Samen, das wichtigste Gleichnis. Die vier Ackerböden und der Fruchtbare heißt es im Vers 15, dass in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Luther schreibt mit Geduld. Frucht bringen mit Ausharren. Ausharren heißt, es quält mir nicht, aber ich halte daran fest. Es quält mir gar nicht. Nein, ich würde es lieber haben, aber ich habe es noch nicht. Aber ich lasse es nicht los. Der Steinmatter beißt rein und lässt ihn, du kannst ihn tot schlagen, der beißt immer noch. Es gibt ein paar so Tiere, vor denen hat man Respekt. Also seid du so ein Steinmatter und ich denke, du wirst nicht tot schlagen. Ja, aber und das ist das wichtigste Gleichnis. Hör doch mal. Ein gutes Herz. Das ist ein Herz, was aufnimmt, was hungrig ist und aufnimmt. Aber dann Frucht bringen in Geduld. Letzter Bibelfers, also zweitens, Hebräer 6, Vers 12 erst einmal. Hebräer 6, Vers 12. Da geht es darum, über den Glauben, dass wir Vorbilder haben, damit wir nicht träge werden, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Ja, die Bibel ist voll von Sprüchen, über Leute, die mit Glauben und Ausharren die Verheißung bekommen haben. Glauben und Ausharren. Ausharren heißt, ich bleibe dran, ich kenne die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit, ich kenne die unsichtbare Wahrheit, die ewig ist. Ich kenne auch die Realität, die mir jetzt zu schaffen macht. Aber da sage ich, ich halte mich dann an die unsichtbare Wahrheit, weil die ist ewig. Meine Realität ändert sich jeden Tag wieder. Ja, und das ist so, durch Glauben und Ausharren. Und im selben Kapitel bitte noch den Vers. Vers 15 noch. Von Abraham ist die Rede, nachdem er es so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Der Abraham ist unser Glaubensvorbild. Das ist der Vater des Glaubens. Und was hat er gemacht? 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet. Mit der Zeit ist viel passiert an ihm und so weiter, aber 25 Jahre hat er auf seinen Sohn gewartet. Und jetzt haben wir hier das, dass unsere Glaubensvorbilder mit Ausharren den Siegerungen haben, die Verheißung bekommen haben. Und dazu, denke ich, gibt es wieder drei Gründe. Das erste ist, der Vater im Himmel will, dass wir selber reife Christen werden. Wir sollen den Vater verstehen, wir sollen das lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten, wir sollen reif werden. Dass er sagen kann, ich will auch haben, dass meine Kinder selbstständig sind, dass meine Kinder reif sind, dass meine Kinder weise sind, dass es ihnen gut geht. Und ich will nicht haben, dass mein Sohn, jetzt ist er, äh, lass mich überlegen, äh, 5 und 3, na dann mal. Ich weiß es selber, 92, heißig ist er. Also, na der wird 30 jetzt. Auf jeden Fall, ich will nicht, dass der zu allen, wegen allen zu mir kommt und sagt, Papa, bitte mach mir das, bitte mach mir das. Der kommt dann zu mir noch zum Reifen wechseln und sagt, ja okay, mach's das selber. Da ist das Zeug, dann mach's das selber. Vielleicht helfe ich ein bisschen zu oder rede ein wenig mit ihm oder so was, helfe auch ein wenig mit. Aber er soll die Reifen wechseln. Das mache ich ihm nimmer. Und so, und so ist der Vater mit uns. Er will uns als Mitarbeiter haben. Und er sieht dazu und er nimmt dich als Gegenüber sehr ernst. Weißt du was, der Vater im Himmel sagt, ich stelle dich auf weites Land. Weißt du was weites Land bedeutet? Du kannst dahin gehen und du kannst dahin gehen und du kannst dahin gehen und Gott geht mit dir. Der lässt hier viel mehr Gestaltungsfreiraum für dein Leben, als du meinst. Der sagt nicht, zack, 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 du musst diese Punkte alle abarbeiten, dann kommst du richtig hin. Sondern du sollst leben und ihn mitnehmen mit Leben. Und auch so leben, wie er möchte. Und das Letzte ist, wir sollen deswegen in Ausharren oder in Geduld die Verheißung kriegen, weil er will, dass wir stark werden. Der Vater im Himmel will, dass wir starke Christen werden. Er will, dass wir stark werden, sodass wir wirklich dem Bösen widerstehen können. Dann kommt irgendwie was Böses, dass wir jetzt sagen, oh Gott, Hilfe, Hilfe, was ist denn jetzt das? Oh, ich glaube, es wird ganz schlimm werden oder sowas. Sondern er will, dass wir reif werden, dass wir sagen, okay, und ich stehe. Ich stelle mich auf den Felsen, aufs Wort Gottes. Ich stelle mich da hin und ich bleibe stehen und ich werde nicht zu schanden. Ich beiße mich rein und ich halte mich nicht fest, so wie der Steinmatter sich reinbeißt und nicht loslässt. Und wenn du einen Totschlang hast, musst du einen Kiefer aufbrechen bei dem. Da will ich mal sagen lassen, ich will, wenn das stimmt. Also Gottes Wort bleibt ewig. Und jetzt bin ich gleich fertig und ich möchte noch was sagen zu dem letzten Lied. Gerade weil es den Walter betrifft. In der Zeit, als ich da mit Gott gerungen habe und gesagt habe, wie gehe ich denn jetzt weiter? Ich habe mich ja auch weit rausgelehnt, habe ich immer gesagt, der Walter wird geheilt. Jetzt stehe ich da als Depp sozusagen. Und da habe ich mich entschieden und gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort noch mehr als vorher. Ich vertraue deinem Wort. Und da habe ich ein Lied angefangen zu singen. Das ist das Lied, das ist Zufall jetzt hier. Das wusste nicht, dass sie das ausgewählt hat. Das ist unser Abschlusslied auch. Du bist treu, so wahrhaftig, wenn wir das zu Gott singen. das ist das Lied. Das ist das Lied. Das ist das Lied. Untertitelung des ZDF, 2020